Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zagboy A Big Adventure. Es ist ein preiskrönender Moment. Wir stehen nebeneinander ohne uns zu schlagen, ohne dass der EP mich schlägt, besser gesagt. Und bevor das sich noch irgendwie ändern sollte oder so, drücke ich mal ganz schnell die Y-Taste. Übrigens, ich war, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich war auf jeden Fall hier von ihr, achso, du siehst sie ja gar nicht, von Horizon. Ja, ihr Vater war das aber nicht, der ist nicht dunkelhäutig gewesen und hat keine Glatze gehabt. Oh Mann, du musst doch gerade noch gucken. Ich bin schon bereit. Hatte ich dich schon? Yeah, 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 yeah. Na komm, ich bin Sumoringer, äh, nicht Sumoringer, ich bin Catcher. Also ich bin, ich bin Wrestler, so. Da geht sie hoch. Oh ja, ich darf hochgehen. Was machen die da eigentlich immer miteinander, wenn die da so beieinander hängen? Aber das sieht mir so bekannt aus. Du weißt schon, dass die jedenfalls alle gleich aussehen? Oh, ich dachte gerade, du bist so groß. Nein, in die andere Richtung, in die andere. Du weißt schon, dass du komplett woanders im Zoo gerade? Ja. Achso, ich dachte, das sind die Werfdinger. Oh, verstehe, verstehe, verstehe. Mist, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nicht zu mir, nicht mich. Du sollst ja auch nicht mich ziehen. Ich wollte die Dinger wegmachen hier. Du musst einfach nur werfen, du musst ja nicht die Ziehen, dass du drückst. Nein, nein, wir brauchen noch nichts mehr. Doch, da hinten sind noch welche. Warte mal. Schnell weg. Nein, warum ziehst du mich immer? Nein, warum ziehst du mich immer? Ey, ich werde hier regelmäßig... Ich mache irgendwann mal so ein Best-of oder so. Best-of Tode durch Episode 1 LP. Also ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Das habt ihr alle genau gesehen. Er hat gesagt, ich hole dich ab und hat die Bombe in der Hand gehabt. Die Bombe in der Hand. Als er gesagt hat, dass er mich abholt. Ja, aber wo bist du denn jetzt? Ja, nirgendwo. Ich komme da nicht raus. Du musst schon ein Stück weiter gehen. Nein, nein. Aus. Geh nach unten. Geh nach unten. Ich bin ein Wikinger, mir kannst du gar nichts befehlen. Du bist ein Waldschrat, so wie du aussiehst. Jetzt geh nach unten. Nein, nicht nach rechts. Nach rechts kommen wir doch weiter. Links könnten wir auch noch was machen. Ja, was denn jetzt? Geh nach links. Weiter, weiter, weiter. Ich war echt noch eben. Weiter, stopp. Nach unten. Nicht weiterlaufen. Wenn ich Stopp sage, heißt das Stopp. Nicht weiterlaufen. Nach unten kann man nicht gehen. Geh wieder nach rechts. Hier kann ich auch nicht hin. Jetzt kann ich nicht. Und dann geh jetzt endlich da runter und ruhig ab. So. Du dumm Dödel. Ehrlich. Ich mach den Rest dann mal alleine. Nein, du holst mich über mir ab. Also gehen wir jetzt erst nach rechts oder nach links? Wir müssen schon einig gehen. Erst nach links, habe ich gesagt. Weil rechts kommen wir doch weiter, oder? Danke, das war ich. Nein. Ich hab wieder mit dir gespielt, ey. Das ist so scheiße. Warum spielst du auch immer mit mir? Jetzt mach doch mal schneller. Hallo, was war das? Hä? Wieso konnte ich die nicht werfen? Das Ding ist direkt im... Ja, aber das ist instant in meiner Hand gerade kaputt gegangen. Hör doch mal auf. Nein. Ich will erster sein. So, der Einsatz meines Lebens. Oh, oh. Oh, da will ich nicht mehr. Der war jetzt... Nicht schlecht. Wo wir jetzt zugehen? Das war ein Move, da hast du ja gefunden. Nein, nicht mich nehmen. Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Warte mal, warte mal, warte mal. Müssen wir hier oben? Gehen wir hier oben weiter? Nee, das ist ein Bonus, oder? Ich würde sagen, das ist ein Bonus, oder? Weil es so aufgegangen ist. Ja, weiß ich nicht. Nee, komm mal. Was denn hier jetzt? Das ist kein Bonus, dann sind wir weg. Dann machen wir das nochmal. Du willst mich nur nicht führen. Du bist böse. Ich will nichts nicht. Jetzt kommt der Scheiß. Ach nee, jetzt kommt ein Bosskampf. Ach so, wir müssen... Sag das doch! Das ist ein Bonus-Bass. Aber da kommen jetzt keine Dinger mehr. Dann kommen noch. Das ist der, die zwischen der Grenze darf nicht sterben. Oh, nein! Nicht raus! Oh! Scheiße! Geht das irgendwie auch anders? Oh! Ja, man kann sterben. Aua, Aua! Nein, wir sind beide los. Ja, aber das macht uns. Was machst du da? Lass uns rein! Nein, den wollte ich gerade holen. Aua, spinnst du? Lass mich in Ruhe. Ich schmeiß dem die Bombe voll an den Kopf und ich fall zu Boden. Was ist das für ein Scheiß? Ja, weil du das auch abkriegst. Ich bin überhaupt gar nicht da. Lass das sein! Lass das sein! Die kann man gar nicht holen. Ja, was machst du denn für Verrenkung? Ja, was machst du denn für Verrenkung? Ja, was machst du denn für Verrenkung? Die sind so schlecht. Ja, ich hätte natürlich auch mit einem spielen können, der das kann, ne? Ich hab gedacht, ich nimm dich mal. Das ist krass. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Jemand, ein Messer in den Rücken zu rammen, der sich nicht bewegen kann, ist irgendwie nicht so clever. Ähm. Ich glaub, die, ne, die hatte ich noch nicht. Hallo, ich hol dich in Spacey-Geweltraum-Abenteuer. Rhythmus-Rift, ach, okay. Da bin ich falsch für angezogen. Können wir nochmal raus? Aber das war jetzt trotzdem doof. Ich hätte das ehrlich gesagt gerne nochmal gemacht. Ich dachte, das wär jetzt so ein Wurz-Level. Guck mal, wie schön ich aussehe. Wieso kann ich nur die Hand heben, statt mich ranzukommen? Hier, guck mal, ich kann's. Wir haben keine Musik, aber das rockt. Huh! Nein! So nicht, mein Freund. Ich war hier gerade am Tanzen, du. Nicht-haariger Affe. Geht's noch? Oh, ich bin gerade falsch. Oh! Da sind auch noch welche, sag das doch. Was machst du? Wir müssen doch rechts gehen, oder? Links, links, rechts, rechts. Du musst doch rüber. Ich kann nicht so nicht holen. Warte mal. Äh, nee, holen ganz unsicher hier. Aber da ist ein Ball. Und dann... Oh! Achtung! Warte, die hol ich noch. Oh. Durch. Durch die Schallplatte. Das müsste aber eigentlich wieder was passieren. Hast du da was geholt jetzt? Oh! Ja, ja, diesen Ball. Boah, ich bin vor die Gatte gesprungen. Du bist aber eher gerollt als gesprungen. Ja, gerollt, meinst du. Ey, was machst du da? Mach gar nichts. Oh, hast du die... Hast du die Fische gesehen? Weee! Wuhu! Ist ja nix. So. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir müssen auch noch links noch. Hey, komm. Ich hab uns noch den Zweier-Bonus geholt. Wo bist du? Ja, da, wo die Fische mich jetzt platt machen. Äh. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, wie zurück? Wir müssen doch erstmal was holen. Hab ich doch gerade geholt. Oh, wieso fragst du dann, wo ich bin? Aua. Warte mal auf dich. Ja, genau. Die ganze Zeit funktioniert das hier wunderbar, aber in dem Moment, wo ich's brauche, funktioniert das natürlich wieder nicht. Warum schlägst du mich immer? Ich schlag dich gern. Du bist ja super, halt. Du bist mich die ganze Zeit am schlagen. Komm! Boah. Oh. Wie soll ich denn da drin überleben, wenn du da hinten stehst und ich nix sehe? Aua. Oh, nee, ich bin tot. Nein, ich habe gelernt, dass ich damit ruhiger umgehen muss. Uh. Oh. Es sah so aus, als ob das zugeht. Komme ich von da links da oben zur Schallplatte rüber? Ja, ne? Ja, da hättest du doch rüber gehen können. La 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 la. Ich finde diese Level irgendwie so genial. Boah, komm schon. Willst du da wirklich hergehen? Willst du nicht lieber auf die Liga spielen? Nein, möchte ich nicht. Ja, du machst lieber Achtung. Ich weiß. Ne, ich dachte aber eigentlich, ich könnte dich hier auch endlich mal holen. Ne. Doch, jetzt Aua Aua, Aua, Aua Achtung, du darfst nicht da hochspringen Ja, ich spring gar nicht Das ist das, oh Ich bleib mal hier stehen Oh Oh, oh fuck Oh, nein, ich bin tot Ah, ah, ah Nein, ich seh mich nicht, wer bin ich? Nein, die Tote Du bist der Schatz, mach schneller, mach weiter Mach überhaupt irgendwas, oben rein Oh mein Gott Jetzt? Warten wir da drauf, bis der Wald verdaut hat Achso, ich bin gar nicht dabei, sagst du Juhu Ich hab gedacht, ich wär wieder dabei Jetzt kommst du Guck mal, die tanzen schön Oh shit Nein 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 Aua Oh Ich bin kaputt Ich bin kaputt Oh Gott Bin gleich tot, weil ich nicht mitkomme Ich bin kaputt Ich bin kaputt Das war ein Tanzlevel Das war ein Tanzlevel Ein Tanzlevel Wir haben eine Gitarre bekommen Das war ein Tanzlevel Ja, ein Tanzlevel Und ich hab zwei verschiedene Augenfarben Juhu Juhu Der Kuhbaum wieder nach Kuh Haha, ich hab dir nochmal voll eins auf die Nase damit gegeben Oh, wir haben alle Dinger gekriegt Weil ich den Rhythmus hatte Jaja Hättest du mich nicht immer weggekickt, wäre das auch nicht das Problem So Können wir jetzt das komische, nervige Partnerschaftslevel direkt machen? Oder dann haben wir das schon mal aus den Augen raus Hä, wieso ist das nicht aufgegangen hier? Geht doch aus Siehst du doch Ne, das müssen wir machen Das können wir ja später machen hier Ah, okay, müssen wir doch das erst machen Oh Was ist denn das? Das kenne ich nicht Das sieht ja wieder aus wie so ein komischer Tiefseekrab Ja, genau Du musst da natürlich reingehen Ja, da stand drin Drück mich Haben wir hier keinen, der unter Wasser Äh Haben wir keine Krabbe? Der für unter Wasser ist? Hm Nee Aber ich hab einen Den nehm ich jetzt Keine Ahnung, wo ich den her hab Eben hatte ich den noch nicht Hm Ich hab auch einen Drei Drei Ich bin dein Spiegel Ja, dann sei aber vorsichtig dabei Nein 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 Ja, geil Du hast mich weggestoßen, du Schuft Du machst das jetzt Komm, du rockst das jetzt alleine Kannst du mal Nein Boah, ich wollte gerade noch sagen Da kannst du mal zeigen, was in dir ist Und im nächsten Moment Ja, warum laberst du auch so viel? Ach, verstehe Du kannst zeigen, was in dir ist Und du hast gedacht, du müsstest zeigen, dass guten abes Einhörner drin sind Kannst du mich mal Was soll das? Wieso kriegen wir hier immer die Zeit weg? Nein Wieso hab ich mit dir gespielt? Boah, komm, ey Links, 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 links Nee Ich krieg die aber nicht Das war aber die Zeit Oh, da heißt das mal Fünf Sekunden sind runter, oder was? Das ist gar keine Strafzahl Oh, ich sag noch Der Epi macht das Der, der Hallo Ich wollte gerade noch sagen Du kannst Du hast das verdient Jetzt ein Bild zu machen Ja, guck mal Diesmal ausnahmsweise So Ausnahmsweise Ich seh aus wie Alice Cooper, oder? Guck mal, wie ich gucke Yeah Guck mal, eindeutig Alice Cooper Neue schnellste Zeit Vor allen Dingen so Was? Ich hör das? Ich hab das gemacht Das lag wahrscheinlich an dem Einhorn Weil ich damit die Blasen immer aufgepikst hab Ja Das war halt nur ein Versehen am Anfang Du wolltest halt zeigen Dass überall deine Hörner unten rumliegen, ne? Ja Ah, ihr seid gemein Aber die könnten wir Die könnten wir theoretisch noch machen Warte mal Ähm Eins, zwei, drei Da oben wäre das vierte Ja, ich würde sagen Wir machen jetzt einmal Einmal noch das Level hier Und je nachdem, wie lange das dauert Hängen wir, ähm Wahrscheinlich nicht das Schnelllevel hier dran Ich hab da so ein ungutes Gefühl Das Partnerlevel müssen wir da ranhängen Ach komm, ich beleib nochmal bei dem Das war so kurz gerade Ne, das Partnerschaftslevel, das ist ja immer länger Deswegen Dann nehm ich den, der passt zu dir Dann hatte ich schon Kannst du Freunde schlagen Nur so als Info Hast du das gelesen? Mhm Du machst das ja immer Oh je Sagst gerade du Oh, wir sind irgendwo im Restaurant Wollte ich gerade sagen Äh Im Museum Ja, genau Ob das nachts ist, weil sie nicht Oh Oh, wir müssen mitlaufen Wir müssen mitlaufen Nur da, wo das Licht angeht Unten Da, äh Kommen wir dann noch weiter Oh, warte Oh, ach, Thema Mitlaufen, ja Ach du Scheiße Ich hab gar nicht bemerkt, dass sich das bewegt Ich kann nicht mehr Komm mit, komm mit So, den kann ich gar nicht nehmen Warte mal hier rein Aua 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 Deswegen bin ich gerade extra nicht reingelt Ich bin schon wieder tot Warte doch mal Ja, da kann ich doch nichts für Das Ding bewegt sich doch die ganze Zeit Hast du das noch nicht verstanden? Doch, aber du kannst es auch ein bisschen steuern Nein, kann ich eben nicht Darum geht es hier gerade Ja, genau Spring Oh Au Ja, ich konnte mich nicht mehr sehen Die bewegt sich anscheinend gerade nicht Oh, da müssen wir wieder zwei Gegner Hallo, ich hab dich gerade geschlagen Okay, das funktioniert offenbar nicht Ach, da oben Und ich suche ja die ganze Zeit was Womit ich dagegen hauen kann Nein Och Dein Ernst Also du musst die Hast du gemerkt, ne? Du musst die so kriegen Das die Genau Und dann Gut machen Danke, mach gut machen Dann geht es auch Nein, ich will die wieder haben Ich wollte dich da Boah, wie soll ich das? Ja, nimm das und spring rein Du kannst mich ja nicht mitziehen Nein, da war aber was runtergefallen Was denn? Was, Gabi? Gabi! Du musst an die Minions denken Wir werden so sterben Aber die gehen nicht davon kaputt Oh, scheiße Ich dachte schon Aber vielleicht müssen wir die kaputt machen Und dann wieder zurück gehen Weil irgendwie funktioniert das so nicht Geh mal nicht so schnell Das geht viel langsamer Ach, wir steuern das tatsächlich selber Och, nee Okay, das habe ich jetzt nicht drauf geachtet Dass das von unten geschoben wurde Also Wenn du die Dinger in der Hand hältst Dann Wenn du die Dinger in der Hand hältst Machst du dir das Licht unten drunter Wie gesagt Achso, ja, warte Dann müssen wir mal langsamer machen So So Ja, aber die schieben ja von unten Das ist das Problem Oh Oh Ah, fuck Ich habe für dich den nur plus zwei geholt Mach was draus Pass auf Mitte Genau Warum halte ich den eigentlich noch fest? Weil der so schön ist Wui Oh Ah, nein Was denn? Äh Da war doch so ein Ding noch Das habe ich doch genommen Nein, zurück Guck mal Ja, wir können ja nicht mehr zurück Ich dachte, du kannst gucken noch Aber wir haben eins verpasst Ey Ich will nicht mehr das nächste Spiel Du bist böse So Aua Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet Freundschaft Freundschaft Ja, wahrscheinlich auch Freundschaftsschlag oder sowas Hast du das auch frei, oder? Ja, was ich eben hatte Guck mal, wie wenig Punkte du noch hast Mann, bist du schlecht gewesen Wieso bin ich nur in Teilen da drauf? Weil du böse bist Wir hätten ein Outfit fast gekriegt Da muss man ein Outfit kriegen Noch Okay Ich würde mich noch überreden lassen In der Folge noch ganz schnell Diese schnelle Level oben zu machen Wenn das denn irgendwann mal hier freigeschaltet ist Hallo, was ist das? Das ist das Bild Es bewegt sich nicht Darum geht es ja Ja, aber es ist nur bei dir Ach du, ich drücke die ganze Zeit die Spum-Taste Aua 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 Heiliger Das ist denn, was wir machen müssen Nimm die Dinge und werf die nach Ne, werf die nicht nach vorne Lauf nach vorne Ja, damit du die aufsammeln kannst Verstehe Oh, bei dir sieht das so einfach aus Dir fehlt nur noch eins Ein neues Outfit Das stimmt Jetzt schnell Und Da ist die Zeit Abgelaufen Oh Ja Ich hab mal wieder ganz haushoch gewonnen Ne, hast du nicht Und das würde ich verdienen Überhaupt Lüge nicht Aha Schlechter Verlierer Epi So, aber trotzdem Geh mal hier rüber Warte mal Geh mal schon kümmern Aber trotzdem müssen wir uns heute erstmal Ja toll Jetzt musst du die Verabschieden Ich dachte eigentlich Du kannst die einsammeln Aber die springen dann irgendwie zu mir Müssen wir uns für heute erstmal verabschieden In, das haben wir gemacht Ne, in der nächsten Folge Machen wir mit dem Nicht ganz partnerschaftlichen Partnerlevel weiter Ich hau ab Und schauen danach mal Was wir links haben Kommst du jetzt zurück? Ja Aber ich will gar nicht Boah, aber das Siehst du mal, wie grell hier die Hörner leuchten Guck dir das mal an Ja Ja, also wir sagen mal Bis zur nächsten Folge Mal schauen, was es da gibt Partnerlevel auf jeden Fall Und vielleicht gibt es ein Bonuslevel So wie das aussieht Wenn wir da hinten durchgehen Und ja, je nachdem wie lange das dauert Im nächsten In der nächsten Folge Oder der übernächsten Folge Dann auch der Abschluss dieser Episode Also nicht von Epis Episode Sondern generell diese hier Bis zur nächsten Folge Bis dann Ciao Ciao Ciao